Herzliche Gratulation an Sie zwei von SmartMe und meine erste Frage, was denken Sie, was wird der Award für Sie überhaupt verändern? Als Startup haben wir ein sehr kleines Marketingbudget und wir helfen dadurch, dass wir weitere mögliche Kunden gewinnen können. Wie haben Sie den Abend erlebt mit der ganzen Aufregung? Im Ganzen sehr positiv. Es ist natürlich am Anfang ein bisschen die Unsicherheit. Es waren drei gute Teams und man weiss natürlich nicht, ob man im Forum gewinnt oder nicht. Dann kommt der Moment und dann merkt man, dass man gewinnt. Es ist wirklich sehr positiv und man freut sich sehr darüber. Und wie werden Sie den Gründen jetzt investieren? Wir haben wirklich ganz viele Ideen, wie wir das eigentlich machen können. SmartMe ist das jetzt ganz am Anfang. Wir möchten SmartMe eine gesandhafte Lösung für die Messung und die Steuerung der Energien im Gebäude machen. Dazu haben wir jetzt zum Beispiel ein neues Produkt, das wir am entwickeln sind für die ganze Ansteuerung für Batteriespeicher, wo wir dann eigentlich die ganzen Services können anbieten für Eigenverbrauchsgemeinschaften, Arealnetze und so weiter. Ich bin jetzt mal ein neues Produkt. Ich bin jetzt mal ein neues Produkt. Untertitelung des ZDF, 2020